Okay, herzlich willkommen zurück bei dem Battle, ach äh Battle, ja genau, äh bei Skyblock mit Daniel und mir. Jo, und der Creepers gerade hier hochgegangen vor der Aufnahme. Und diesmal hat sich viel verändert, ich hab ein neues Headset und der Daniel hat ein neues Headset, damit man uns besser verstehen kann. Würde ich mal sagen. Ich gucke mal die Scheiß-Wollt hier. Okay. Damit ich die Zäune wieder operieren kann. Ja, mach das. Und ich mach, äh, Cobblestone-Dingens. Oh. Ach, scheiße, jetzt hab ich in die Challenge nicht geguckt, was wir, äh, machen müssen zum Beispiel. Das Portal zum Beispiel. Äh, hast du einen Plan, wie das geht? Nicht wirklich. Also. Äh, ja. Ich kann wahrscheinlich gehen. Nein, nein. Fuck your mother. Fuck, ey. Fuck, ey. So ne Scheiß, aber. Ach, wer schiebt mich denn hier auf, du bist das. Kein Cobblestone natürlich da drin. Hast du Cobblestone? Nö, nur ne Schicke-Zocke. Okay, dann mach mal bitte Cobblestone weg. Oh, einen hab ich schon mal. Ähm, ein Schwert liegt da zum Glück schon drin. Fackeln nehm ich auch mal wieder ein paar mit. Äh. So, da oben war nix drin. Kannst von unten mal nehmen. Ja, danke, reicht. Ähm, Holz. Digis sind da noch drin. Oh, hinschuldig. Ach, Scheide, ey. Warum muss ich immer runterfallen, das ist unfair. Äh, so. Ich weiß es auch nicht. Ich würd mal sagen, dass ich jetzt gleich in die Challenge guck. Und dann müssen wir nicht irgendwie das Portal mit, äh, Holz anzünden und Lava. Ja, wir müssen irgendwie Lava auf jeden Fall hinmachen, da drüber, oder wir nehmen irgendwie Holz und so. Ja. Irgendwie schießen. Ja, auch nicht. Ähm, muss man da Cobblestone hinmachen. Jo. Bin gerade dabei. Ich mag's nicht. Jo. Ich mach mal ein bisschen Cobblestone in der, ähm, Küche wollte ich jetzt sagen. Aber ich meine natürlich die Kiste. Jetzt mal ein bisschen abhacken. Äh, so. Das elf Stück. Ach, da war einer noch drin. Aber jetzt sind da wieder zwölf Stück drin, das reicht ja erstmal. Mhm. Hast du die Axt oder so mit? Eine Axt hab ich mit. Gut. Jo, lecker bis dahin da unten. Ja, ja, haben wir ja schon letzte Folge. Äh, könntest du vielleicht mir Holz geben? Wow, hier wäre... Bisschen der Truhe eigentlich. Jede Menge. Trotzdem ein bisschen. Fuck. So, ich hab mal hier ein bisschen hingebaut, damit man nicht runterfliegt. Goosh. Das war die untere Lage war ein bisschen unnötig, aber... Ist ja egal. Äh, Holz nämlich dann mal das Ganze mit. Weil ich nämlich hier drüber bauen, was wollte. Ich muss langsam mal was essen. Wir wollten ja unser Haus bauen, oder? Ja. Genau, da unten hatten wir, hast du ja schon mal so einen Platz angefangen. Äh... Ähm, unser Melonen fällt mal langsam. Jo. Anpflanzen. Ich muss schon mal. Ähm, das die auch am Tagsbauen. So. Das hatte ich vor. Ja. Ja. Jetzt fehlt mir natürlich die Axt. Ich komme mal eben zurück und mache mir eine. Oder gib mir mal deine. Ich bin schon so gut wie am Arsch. Okay, dann mache ich mal einer. Und ich nehme deine. Kann ich jetzt nicht entscheiden. Oh, ey. Du hast du Schaden genommen. Ja, ich habe noch den Fall gelaufen. Du hast du irgendwas zum fordern? Ja, eigentlich schon. Ich habe einen Apfel nämlich gerade bekommen. Äh, einen Moment. Hier. Kannst du haben. Saum kommt mal da rein. Äh... Schafe wachsen auch nicht. Oder wachsen nicht, sondern, äh, kommen da rein. Ah, ich wollte mir eine Dingens machen. Axt. Du machst mal das Haus, okay? Mhm. Ich mache mal die Spawn Area für die Tiere. Ach, äh, Monster. Mann. Ich weiß auch nicht heute, was ich will. Halt, 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 halt. Wo ist der? Habe ich. Guck mal, es ist Holz. Ja, du hast die Kiste oder so. Was willst du denn? Holz brauche ich. Äh, da mache ich dir mal eine Axt, weil ich brauche das auch. Hier, bitteschön. Äh, das nimm man das. Da sind ja nämlich genug. Mann, wer wird, hier wird diese Holzachs ins nix. Tschüss. War die schon fast kaputt, deswegen. Scheiß drauf. Boah, Junge, wie soll man denn? Hm, ach, da oben. Ich mache mir mal hier oben das Kaputti. Damit der Baum aus der Feld. Und nicht. Ach, das wollte ich gerade machen, was du gemacht hast. Oha, wie hoch geht der denn noch? Alter, Junge. Ist unnormal. Alter, Falter, da kommen wieder Äpfel raus oder so. Ah, einen habe ich. Oh, ja. Holz, schaue ich jetzt auch. Ich bin runtergefallen. Ja, mache ich gleich erst mal. Wow. Ich darf nicht so, äh, viel laufen. Weil ich fall nämlich hier runter. Ich bin... Kugel ist ohne. So, jetzt, ähm, nämlich mal hier, das hier. Das kommen nämlich weg. Die Tür bleibt offen. Oder durch die Tür, sagt man... Oder durch die Tür, sagt man... Wo ist die ganze Erde? Die ist eigentlich eine Kiste. Da ist sechs Erde drin. Ja, war alles. Achso. Ich meine, ich hatte nichts mit. Ich glaube, ich zumindest. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Nein, ist ja noch hier. Wegen diesem Zaun ist ja auch noch Erde. Jo. Und da drunter ist ja auch noch Erde. Mhm. Die können wir eigentlich mal gleich ab, äh, also wegmachen. Jetzt war hier kein schönes Haus. Also für die Monster ist das ja eher. Mhm. Ähm. Ja, wir können ja über mal das neue Spiel reden. Day Z, oder? Z. Ja, ja. Ja, das ist ja, äh, eine Erweiterung. Also ein Mod von ne... Von dem Arma 2 Spiel, ne? Mhm. Und, ja, dann kann man das einfach, so wie Minecraft ist das, denke ich mal, so ein Mod zum Installieren. Das kann man bestimmt irgendwie so irgendwo draufklicken, dann installiert das von alleine. Ja, oder so. Und hast du es vor, dir zu holen? Ja, mal gucken. Ja, weil dann könnten wir ja jetzt, äh, ein neues Projekt damit machen. Hehe. In Aufnahme gesagt, mal kurz angesprochen. Schon wieder so ein Mod von Baum, also ein Riesen. Und ab wie viel Jahren ist nur, ob das Spiel 16, glaube ich, oder? Ja, sind wir ja, ne? Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Und können wir uns das doch wohl nicht kaufen. He, ist doch so. Oh, oh, oh. Ach, ich hab gedacht, du farmst Schnee, aber das war ich. Ich bin auf den Schnee gelaufen. Schon gedacht, hä, kann doch nicht sein. Du brauchst doch da hinten. Och, Junge, das mal jetzt mal auf vier. So. Ich muss ich nur noch ein Dach ziehen und dann ist das fertig. No, good. Gut, gut. Jo. Eisen fähnen wir leider nicht in diesem Spiel. Ich hätt gern schon ein geiles Eisenschwert oder so. Wär schon hammer nice. Äh, können auch mal die Bäume ein bisschen weniger größer, aber groß werden. Das wären alle so Riesenbäume. Ja. Ich hack jetzt einfach mal die ganzen kleinen ab. Einmal durchgehen. Da kriegt man ja auch von Äpfel. Profitiert man ja auch nur von. Und Setzlinge haben wir ja wohl genug. Na, ich hab schon wieder zwei. Doch. Alleine durch den Abhacken. Drei. Pflanze ich mal nach. Oh. Entschuldigung, ich hab sie wieder abgehauen. Es wird nacht. Ui. Doch, es wird nacht. Na, den Ablässen. Oh, sieht doch schon hammer nice aus. Da geh ich ja von unten rein. Darüber können wir eine Schicht Dings machen noch dann. Hm. Oben lege ich mal meinen ganzen Kram rein. Also bitte da nix von wegnehmen. Weil ich auch... Alter, das ist nämlich ein Creeper schon. Der darf hier nicht explodieren. Ich hab keinen Bock, das nochmal zu reparieren. Äh, hier ist das ein bisschen gefährlich. Ähm, ich fahre... Einmal farm ich bitte, äh, den ganzen Stein. Nicht Holz. Weil ich brauch das nämlich, weil ich will die Plattform da ein bisschen vergewaltigen, wollte ich jetzt sagen. Äh, verweitern. Mann, ich kann aber heute auch irgendwie nicht reden. Vergewaltigen und was ich gerade alles sagen wollte. Ne, unglaublich, ey. Mann, Mann, Mann. Kabelstern. Bin ich gerade am farm. Ich könnte auch einen Kabelstern-Generator bauen gleich, wo wir beide dran können. Lass mir die Oberfuhren. Unten herabfließt einfach. Ja, ne, ich hab schon eine andere Idee. Äh, das Wasserfließt ja in dieser Seite noch. Ja, anders einfach. Ich baue einfach komplett anders. Mann, ich hab mich... Warte mal, vielleicht lässt der Eisendruppen. Boah, hier, kannst du voll geil alles schnitzeln. Was ist denn? Ne Schippe, Eisenschippe. Toll, die mir aber nichts nützt. Oh, wie schlecht. Toll, ey. Warte, ich bring die mal schnell weg. Bloß, wenn die sich anschießen, die Idioten, dann explodiert's. LOL. Alter, nicht im Ernst. Spaß, die ist, ey. Oh, fuck, da oben sind auch Creeper. LOL, ich hab was angeschossen. Ich bin auch schon fast wieder tot. Stirb doch. Ja, er fällt runter. Hm, alle runtergefallen. Ähm, so, jetzt kann ich mal das hier weitermachen. Äh, Creeper kann man leider nicht vermeiden. Hm. Deswegen braucht man immer... Kannst du mir ein bisschen mitfarmen? Hm. Gut, danke. Ich muss auch wieder so ein Sound war hier machen. Also, man macht irgendwie, dass Creeper keinen Schaden macht, also, keine Wehwung schaden. Ist ja auch schon ein bisschen schaden. Werden, ich hab's falsch rum gemacht. Ja, war klar. Äh, das kommt so rum, das kommt so rum. So. Jetzt haben wir's. Sechs Pfeile habe ich wieder, sieben Knochen, fünf Fäden. Gut. Och, Junge. Ich wollte doch gerade reparieren. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? LOL, guck dir mal das an. Die lassen bestimmt ein Schwert droppen. Na, geht aus. Ähm. Nein, was runtergekommen. Könntest du das Glätt einmal übernehmen? Ich bin nämlich fast tot. Ich hab kein Schwert. Ha das einfach da runter. Gut. Äh, ich brauch was dringendes zum Essen. Na, wir haben nichts. Wir haben Zombiefleisch. Okay, du hast da hinten eins abgewohnt. Jo. Ja, wir haben, wir haben, wir haben, leckeres Fleisch. Mann. Dann verklopfe ich mal die Idioten hier. Ja, die müssen mal rüber. Die laufen in so einer Reihe. Das regt mich ja richtig auf. Und schubsen sich dann runter. Ja, komm mal hier hin. Dich hau ich mal kaputt. Zombiefleisch. Das muss ja nicht groß werden, ne? Weiß das so? Ja, nee, mach mal ein bisschen größer, wenn es geht. Mehr Kapitel. Und Holz. Und Holz. Und Holz. Ja, ich habe ein bisschen. Aber nicht so viel. Und wenn man die guckt, ich lieber nicht an. Oh, fuck, das könnte schon ein Problem werden. Das ist ein Krieger, ne? Ach, du hast Dinge... Oh, du hast Dinge... Du hast Dinge...